Aber ganz ehrlich, ich sage mal so, zum Glück ist das nur ein Spiel. Ja. Stell dir mal vor, du fährst mit deinem Echner-Auto durch die Straße und packst dir durch die Map. Nee, erst mal fliegst du hoch und hörst nicht auf, dich zu schleudern. Ja. Das ist super ärgerlich, einfach. Was ist denn das Gebäude jetzt so? Einfach weiter, immer geradeaus, immer der Straße folgen. Dann hättest du da einen Schiedeltrauma. Oh, hör auf. Hör mir auf. So, genau. Und dann gleich rechts. Genau. Also heute geht alles schief, was schief gehen kann, oder? So, warte mal, halt mal an. Oder ich steige einmal aus. So. Okay, ich gucke mal, wo hier ein Bärchen ist. Da, vor uns schon. Oh, die haben das Wasser jetzt von innen blau gemacht. Okay. Warte, ich hole mal den LKW näher ran. Oder so. Warte mal kurz. Ja. Das ist cool. Wende, du musst ja mal ins Wasser kommen. Hm. Das ist so, was ich gefunden habe. Äh. Du hast reingepinkelt, deswegen ist es blau. Ach so, die geben, hä, der Bär hat jetzt nur vier Stücke Fleisch gegeben, ist das richtig? Ja. Ja? Ja. Bin ich so verwöhnt von den Schweinen? Ja. Oha. 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 Hallo? Soll man kurz? Ja, weil das ist, weil er nicht gerade steht. Er steht nie gerade. Er steht immer ein bisschen im Fall versetzt. Nee, ein bisschen krumm. Oh. Nee, es kommt aber umso älter, umso krümer. Hm. Oh. Was? Was? Nichts was, wie bitte? Ich, ich gehe hier, hier und dann hier rum und hole den nächsten. Hallo, Bär, die nennt, da hinten ist noch einer. Hallo, Bär, die nennt. Bär, die nennt. Wir sind so weit weg, ne? Wir sind am besten zur Straße. Ja, dann, dann locke ich ihn ein bisschen. Ach, guck mal. Der Bär, die. Bär, die nennt. Ja, nice. Hm? Dann hier mit dem Boot fahren, mit dem schön Paddelboot. Pass auf, leg das sonst mal zur Straße und ich locke den nächsten ran. Hm. Ich hatte hier doch einen gesehen. Wo ist denn er? Da hinten. Oh, das ist noch einer. Hallo? 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 Okay, er kommt. Sehr schön. Kommt er noch? Ich weiß es nicht. Ja! Ja, ist noch da. Oh, Junge, die brauchen jetzt vier Schüsse, ey. Ich hole noch einen. Was ist da? Aber fein. Ich gebe auch alles. Ich will das Auto wieder haben. Und den Anhänger und die Würste, Mann. Ja. Na, den Anhänger werden wir wohl nicht mehr kaufen. Ja, ja, wo ist denn der andere Bär, die nennt jetzt? Aber hier auf der Beta scheint alles noch ein bisschen backen. Die Waffe schlägt die Waffe nicht mehr weg. Also ich habe das Gefühl, dass hier auf der Beta halt irgendwie mehr Chaos passiert. Wo ist denn jetzt der Bär? Der Bär, der Bär, der Bär, der Bär, der Braunbär. Die Jogelbär. Der Winnie-Pooh-Bär. Winnie-Pooh. Winnie-Pooh ist sehr süß. Bin ich jetzt verwirrt, Alter? Wo ist denn der? Ja, aber ich hatte vorhin noch einen gesehen. Ach Gott. Mach doch den bärischen Lockruf. Ah. Wie das wäre ein Asse. Ah. Ich hatte einen gesehen und der ist nicht mehr da. Dann packen wir es aber gleich mal rein ins Auto. Der ist mit deinem Auto hier. Ja, ich laufe hinten rum. Da kommt ein Bär. Ach nee, ist mir leid. Bist du auch hier? Ja. Oh, wie lieb. Er hilft uns. Na, Ole, du bist so lieb. Nee, mach 5 Euro. Nee. Du hast keinen Auftrag bekommen. Und wenn du von selbst angeschissen kommst, dann hast du Pech. Dann musst du... Oh, wer hat ein Auto-Upgrade gemacht? Ich glaube, ich hoffe, es ist nicht blau. Ich hoffe, es ist pink. Nee, er hat nur das Radio eingebaut für 10 Dörner. Ach so. Oh, ich habe Bär die Nand. Kack, Radio brauchen wir nicht. Oh, pff. Ich laufe zu euch. Bleibt genau da. Bleibt genau da. Ich komme. Ich habe ihn gefunden, ne? Und jetzt geht's los. Schön. Aber frech, warum... Das sind jetzt nicht mehr drei Headshots, sondern vier. Pro Fleisch eine Kugel dann theoretisch. Und das finde ich ein bisschen scheiße. Kann man denn schon andere Waffen kaufen? Naja. Ich hatte ja gehofft, dass der Elektroschocker halt, ne? So für den Nahkampf oder irgendwie, keine Ahnung. Das ist klar für die Tiere, ne? Im Stall und so. Verstehe ich. Ja, aber ich dachte, dann würde es mal eine Schrotflinte oder so. Das wäre auch schön, ja. Oh, hey. Drei Bären haben wir schon. Es ist rot, es ist rot, es ist rot. Es ist... Oh, schön. Ich denke mal, wenn jeder rumläuft, das sind Tiere. Und wenn man mit mir herkommt, dann sieht man, ach, die haben nur zwei Beine. Na schön. Naja, Monleid und ich, wir haben zwei Beine, ja. Oh, das ärgert mich mit dem Pimmel. Entschuldigung, mit dem Auto. Mit dem Pimmel, ja. Du hast wieder nur das ein im Kopf. Mann, das nervt mich richtig dir, ey. Was soll das denn? Ja, bevor das Auto jetzt durch die Map gepackt ist, deswegen musst du so nicht gleich an Pimmel denken. Warum nicht? Okay. Komm her, komm her, komm her, komm her. Hast du einen? Nee, ich hab einen Dreh. Ah, nee. Das, das, das ist ein rotes, schwarz. Ach nee, René, mit dem Auto. Yes. Sieh, wenn du noch was vorbeifliegst, oder? Oh, ich muss mal kurz gucken. Oh, da ist ein Bär. Okay, ich logg ihn mal, ne? Der ist, äh, da auf diesen Felsen vom... Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Der ist auf den Felsen vom Wasser. Ich logg ihn zum LKW. Hallo? Herr Bärth, komm. Herr Bärth. Herr Bärth, komm. Ja, 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 ich komm zum LKW. Ja, 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 ja. Wo hab ich denn jetzt so? Ach, hier. Hinter mir? Äh. Okay. Aber guck mal, die fallen jetzt sogar um. Haben die vorher auch schon gemacht? Nein. Die Bären doch, die sind umgefahren. Doch. Weil mir sind die immer stehen geblieben. Ja, die haben ein bisschen gebraucht, bis sie umgefahren sind, weil die waren zu faul zum Umfahren. Also, bei mir waren die immer vorne und durchstehen geblieben. Hä, warum schlackert das Fleisch da so durch die Gegend? Das ist schlackert. Das ist, das sind die letzten Atem-Tuckungen. Hä? Oh, mein schöner grüner war der, der hat er weggebracht. Was? Mein schöner grüner. Nee, das war der blaue, hatten sie nicht den blauen? Nein, der blaue steht hier. Achso. Das war doch der blaue. Nee, der blaue steht hier. Ah, oh. Dann war das der grüne. Das war ja dein erstes Auto. Mhm. Da wäre eine Erinnerung gemacht. Oh Gott. Es ist nur ein Speer. Schlimmer wäre es, wenn ich mit deinem Privatwagen fahren würde und ihn totfahre, ja? Also eins weiß ich, dass ich dich nie in meinem privaten Auto fahren würde. Du bringst mein Auto unter die Erde. Das Schöne ist, seitdem ich meinen Führerschein habe, habe ich niemals einen Unfall verursacht, geschweige wurde geblitzt oder sonst was. Ich bin ein ganz liebes, braves Mädchen. Hier ist übrigens auch ganz viel Fleisch. Warum? Keine Ahnung. Und wie oft ist dein Auto schon in einem Map verpackt? Nee. Oder im Fluss? Das ist doch Tier, das Fleisch und der fährt hier einfach los. Ja, wir sind zum nächsten Fleisch gefahren. Nee, jetzt... Achso. Achso. Ach, da hinten fladert er auch noch. Warte mal. Ähm. Hä? Muss mal V drücken, dann ist es, glaube ich, leichter. Ja, ich habe schon... Oh. Okay. Danke, Ole. Eins ist noch. Danke, danke. Hä? Oh. Ah, das ist sehr freundlich. Oh. Hey. Oh, du siehst ja mal hübsch aus mit den Haaren. Das ist richtig hübsch. Oh, du siehst richtig gut aus. Ich muss Screenshots von dir machen. Oh, das sieht aber... Du hast fast einen Camel Toe, ey. Aber nur fast. Was ist das denn? Erzähle ich dir nach der Aufnahme. Okay. Oh. Ich stehe auf dem Fleisch, ne? Mhm. Und du kippst ziemlich? Ja, du auch. Mhm. Die werden durchgerappelt wie so ein Milchshake. Wollen wir aus dem Fleisch sonst erstmal Würstchen machen, um das Geld reinzukriegen? Glaubst du, wir bekommen dadurch ein bisschen mehr? Ja, doch. Wir kriegen dafür wesentlich mehr, doch, denke ich. Linda, aber meinst du, du bekommst aus Bärenfutter Fleisch? Äh, Wurst? Natürlich. Das Fleisch ist Fleisch. Das stimmt. Also, nehme ich an. Aber man kann ja probieren. Wie viel haben wir für ein Stück Fleisch bekommen? 35 oder so? Ja. Meine ja. Ja, stimmt so. Hast voll die schönen grünen Augen. Ja, vielen Dank. Oh, bitte, bitte. Oh, ich mag deine Frisur richtig, ey. Du bist richtig hübsch. Oh Gott. Wo sind wir hier? Ah, wir sind dahoam. Wollen wir schlafen gehen? Ich dachte, wir wollten das mal, wollten wir nicht das Fleisch reinräumen? Ja, können wir doch auch machen, wenn es hell ist, oder? Oder ist ja auch egal, komm. Ja, aber die darf schneller jetzt, ne? Ja. Schmeiß einfach auf den Boden, ich bringe sie uns rein. Ole, schmeiß runter. Ich lege das direkt zum Fleischwolf. Und jetzt werden Würstel gemacht, Baby. Ja. So. Würde Anhänger, ey. Ich fahre nie wieder ein Auto mit Anhängern, das meine ich. Aber ich glaube, ich höre den Anhänger irgendwo. Du kannst, okay. Jedenfalls macht ihr bei mir ganz viel Babooms, Babooms. Ja, bei mir nicht. Das ist dann, wo ich noch tausendmal irgendwo gegenfährt. Echt? So einen Sound habe ich gerade im Ohr. Oh. Es kann aber sein, dass es nur ein Bug ist. Vielleicht ploppt er ja irgendwann wieder auf. Plopp. Dann haben wir drei Autos. Oh, ist auch schön. Ja, wir haben auch noch den LKW, ne? Hm. So. Hat jeder eins. Sobald es hell ist, wird Wurst geregelt. Und schön vorher mit dem Fleisch der Fußboden gewischt. Oh, oh, oh. Rose, stell mal vor, wie ekelhaft, ey. Ja, das sieht ein bisschen wirklich ekelhaft aus, wie was ihr hier macht. So, ach, ist egal. Komm, lass mal ins Bettchen gehen. Komm, Monlein. Ich will heute auch mal im Bett schlafen oben. Warte, wir haben was vergessen. Warte, warte, warte. Ja, aber warte, Ole, mach mal das nicht. Nein! Warte, wir bleiben einfach liegen. Komm. Lass die Männer mal ihren Kram machen. Oh, du drehst dich richtig. Oh. Ja. Yeah. Party, baby. Oh Gott. Alles gut, Ole? Er macht bloß Licht für unsere Kamerastop. Oh. Oh, da rennt er weg. Entschuldigung. Oh, ich bereite schon mal. Ich mache schon mal die Wurstindustrie. Oh, nein, ich häng fest. Oh, nein, Ole. Was denn? Kannst du uns mal helfen? Wir haben ein Problem. Oder abknallen oder so. Was denn? Schieß mich mal tot, bitte. Ich kann nicht schießen. Schieß mich bitte tot. Ich kann nicht schießen. Bitte bring mich um. Wo bist du denn? Ich kann nicht schießen. Oh, na, warte mal. Wo bist du denn? Im Haus? Ich kann nicht schießen. Wir fliegen, verdammt. Oh, jetzt. Jetzt so. Wir hingen beide in der Luft und sind geflogen. Ich kann nicht schießen. Wir wollen dir die Lizenz umschießen. Wette noch. Let's make Wursts here. Man soll doch die Pistole aufladen. Hä? Wieso? Ach so, das Fleisch muss doch da rein. Na ja, mach doch. Geht nicht. Echt nicht? Wer sagt das? Der nimmt das von den Bären nicht. Ja, guck mal, das ist doch viel. Das ist ja viel gröber als das andere. Das andere war ja schön hell und fein. Och, Mann. Na ja, dann wissen wir jetzt Bescheid. Schweinefleisch ist schön. Nein, ich möchte bitte nicht mehr weinen. Ich möchte weinen jetzt, bitte. Alles wieder ins Auto laden. Unser Fleisch war ja auch viel heller, ne? Ja. Ist ja... Alles wieder ins Auto laden. Gestern haben wir das umsonst ja ausgeladen. Huch. Ich kann das hier nicht reinlegen, wenn er so steht. Warte. Soll ich meinen Flach legen? Oh, ey. Was ist denn da heute los? Ja, ich glaube... Ich glaube, dieses Update ist noch nicht so wirklich spielbar. Also... Wieso, was denn? Ja, das kannst du nicht benutzen, das Fleisch halt. Ja, das ist ja auch Bärenfleisch. Ja, und? Gibt auch Bärenwurst, ja? Bärchenwurst. Kannst du sogar bei Real kaufen mal. Hier im Spiel aber nicht. Da ist nur die Sicht drauf, ihr meint, Frau Bär. Das ist doch nicht, dass die aus Bärenwurst besteht. Natürlich. Das ist Bärchenwurst. Und ich wollte auch Bärchenwurst machen, okay? Und wenn man da einen Esel drauf macht, dann hätte ich das vom Esel halt. Ja. Ja. Du kannst auch aus dem Bärenfleisch eine Wurst machen. Herrgott, die sollen sich mal nicht so anstellen hier. Ja? Nee, ernsthaft jetzt. Dann schreib doch mal einen Brief an. All die Dillum, wie sie nicht alle heißen. Oder Moonlight, wenn sie morgen arbeiten. Ich habe eine Kundin, die möchte, die hätte gerne... Die hätte gerne Bärenfleisch. Ich habe aber keinen Hälften, die Scheiße zu verkaufen, die Kacke, ey. Aber ich. Mach die Tür zu. Das ist doch aber jetzt noch einfacher mit dem Verkaufen drin. Nee, du brauchst ja nur mit dem Auto draußen auf die Ladefläche stellen, um das draußen nach außen zu kommen. Wollen wir die Eier noch mitnehmen, hier? Ja, dann warte. Ich packe die kurz ein. Ja, mach mal hinten rein, bitte. Ich musste... Sind hier so Eier? Nee, hier sind keine. Hier oben. Hier draußen. Hier draußen steht sie. Ich habe da draußen. Ich habe da draußen hingestellt. Kuckuck. Kuckuck. Man kann übrigens, ähm... Oh, Mann! Und wer hat die Eier fallen lassen? Kuckuck. Nein, aber nicht Alu, oder? Tschüss. Kuckuck. Ich werde jetzt erst mal den Kot sammeln, ja? Oh, sieht das aus hier Kuhfladen. Naja, nun, das ist dumm, ne? Naja, das ist ein schönes Dinger, du. Ach, ich fahre jetzt wieder verkehrt. Na, du musst oben, wenn du rausfährst, rechts, rechts und dann hoch und dann kommt dieser komische Weltweg und dann links. Dann gehe ich mal melken, ne? Hm. Aber nimm die richtigen Kühe, ne? Nimm die richtigen Euter. Okay. Ja, was dann sonst? Ferkel. Ich bin kein Ferkelos. Los Ferkelos. Reneos los Ferkelos. Okay, wir kommen nicht über die Schienen drüber. Ich darf nur einen Schluck Kaffee trinken. Ich darf morgen kurz mal Blut abnehmen. Wenn du fährst, du wirst über die Straßen. Ich störe mich nicht. Ich fahre über den, ähm, äh, Feldweg hier. Das Blut abnehmen stört mich nicht. Habe ich keine Probleme mit. Okay, okay, okay. So, nur piekst und dann wird gesaugt und dann ist fertig. Und wie viel Dieter hebt du ab? Mal gucken, wie viel die brauchen, ne? Ne, das geht halt. Ich hab, oh, ich bin aus der Scheine rausgepackt. Was ist denn das mit der Beta, ey? Fuck off. Nee, das ist alles in Ordnung. Ach so, Mensch. Ach echt? Na, bei mir passiert das doch nicht. Ja, warum passiert bei dir nix? Und bei mir ist immer alles für ein Puppe, ey. Puppe. Der geht mit seinem fetten Arsch auch nicht zur Seite, dass ich da mal reinkomme, du. Nee, aber das ist Ole mit seinen Muskeln. Da kann er nix für, ja? Was ist denn denn? Der hat doch noch Platz. Er ist ein Muskeln. Du bist zu dick, Mensch. Nee, er ist zu muskulös. Da muss ich immer noch mehr abnehmen. Hallo, wird man nicht komisch, Freundchen? Ja, ey, pass auf, du. Klar. Was ist los? Warte mal, haben wir hier nicht ein dickes Schwein, was sich noch töten? Ich töte mal ein dickes Schwein, okay? Aber ich bin der Meinung, wäre das... Das sieht draußen. Wäre das aber nicht besser, wenn man die... Ach ja, Schweine, gut, dass man da hinbringt. Hä, willst du mich verarschen? Wenn wir jetzt die Eier so hinstellen, ist der Korb weg, ne? Was ist hier draußen? Ich glaube, da... Kann sie überhaupt Eier verkaufen hier? Wo bist du, mein Schatz? Hier, hier, hier. Ich habe schon einen. Ich habe schon einen. Ja, okay. Soll ich ein Auto holen? Ja, 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 ich schmeiße das mir hier vor die Tür. Soll ich verkaufen? Ja, weg. 20 mal Fleisch, nur 300 Dollar?